Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Sanktum 2, wie immer mit dem Andy. Guten Abend. Ja, und wer die letzte Folge verfolgt hat, da waren wir auf der Baustelle unterwegs, so heißt die Map. Und da sind wir ganz knapp gescheitert, das wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und wir versuchen es daher jetzt nochmal erneut, haben ein paar nette Fähigkeiten und werden jetzt auch die Heilung für unsere Kugel hier mit reinnehmen, für unsere Station. Ey, jetzt gucke ich gerade, habe ich jetzt... Ach nee, du hattest den Schaden, ne? Ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt beide die Heilung, ne, ne, schon recht, schon recht, so. Ja, da wollen wir mal sehen. Also wir haben ja gerade die Taktik, die wir gerade schon hatten, die war ja schon gar nicht verkehrt. Ich baue mal hier wieder ein Kanönchen hin. Ups, wollte ich jetzt gar nicht. Boah, jetzt werden wir zehn Schaden, um den Aufzug her nicht gekauft. Warte. Ach, da steht noch ein Gettlinger, da schauen wir auch schon mal ein paar Punkte rein. Da kann ich sogar aufwerten, hervorragend. Boah, das Feuer hier, ne? Ja, da kommen wieder die Flieger. Ah, das ist ja noch ganz entspannend hier. Ach, da... Oh! Oh, ach, und hier, wie ihr seht, wir haben eine neue Knarre gekriegt. Schönes Stromgewehr. Macht wohl auch irgendwie einen Kettenblitz. Ja, wenn da mehrere sind, ne? Schon klar. Okay, das ist gar nicht mal schlecht, die Wumme. Gar nicht mal schlecht. Ich knall mal direkt hier die vorderen schon mal hoch. Oder auch nicht, doch. Schon mal hochpushen. Da hast du noch ein paar Völler hier. Aua, ich schieße die auf mich. Hilfe. Ich werde beschossen, so, irgendwo so 60. Die können wir schon mal irgendwo reinpacken. Ja, bleib doch mal hier genauer. Aber... Hier, du Lusche. Was war mit der Schrotflä... Warte, willst du denn da oben, du Frechtax? Hm? Seht los, wie gesagt, es ist klar. Schon klar. Den auch schon mal hoch. Dann machen wir den schon mal noch voll hier. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Ding, 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 ding. Dann schmeißen wir hier irgendwo noch... Schon mal die 85 Punkte noch rein. We have worked. Da kommt wieder so'n dicker Fläger. Hey! Hey, 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 hey. Immer, kein Stress. Bäh? Oh. Er schießt nicht auf mich. Er ist ja frech. Wo sind die Fläger? Komm. Komm, 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 komm. Ich will mal nach Hause gehen hier. Tschüss. Du Lusche. Ja, was du kannst, ne? Du bist ein ganz feiner. Weg mit dir. Schweinebacke! Aua. So, es war weh. So, es war mal hier die... die Blitzis. Blitz, Blitz, Blitz. Dann haben wir hier schon mal noch Punkte rein. Och. Dann haben wir da wieder die Dicke hin. Ah, hier die Flieger. Die alten Flieger. Time to fight. Ja. Dann haben wir da. Hey, hey, hey. Kein Stress hier, Freunde. Und vor allem der Flieger. Ach mein Gott, dieses beschissene Feuer, ach das ist doch dämlich, also so zu sterben ist wirklich dämlich, muss ich jetzt mal fairerweise sagen, das ist einfach, lass mich wieder hin hier. Komm, mach mir die andere rum. Oder sagen wir mal so, zu sterben ist unnötig, ja. Ja. Völlig unnötig, so, der ist voll, der ist voll, der ist voll. Da, 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 der auch. So, dann stellen wir mal, die Blitztürme, die sind ja eigentlich stramm, ne? Ja, jetzt hab ich schon wieder keine Pöller mehr, mein Gott wills ja gar nicht. Oh, so, ich bin noch am, äh... Ziehen wir den mal noch hoch hier? Oh, so ein kleines Labyrinth hab ich ja schon gemacht hier. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir da wieder so ein Lampion. Oh, du kriegst jetzt erst mal voll einfach die Lampe hier. Oh, da waren 50 K-Aid. Summa summarum. Oh, was kommt man da für ne Vete? Uah, ey, 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 Fetenjub. Uah. Das war die Schwaden, Klausi, ist ja unterwegs hier. Boah, ihr habt hier sie noch alle? Warte. Oh, gut, aber so laufen sie nicht. Ach du meine Fresse, warte mal. Puh, jetzt hab ich mich aber gut gerettet. Oder auch nicht. Hahaha, Freunde. Alter, die Blitzwaffe ist ja geil, wenn da mehrere sind. Ja, doch, da hab ich grad auch gemerkt. Die ist gar nicht mehr schlecht. Gar nicht mehr schlecht, ist gut, die geht ja voll ab. Hier, hier. Boah, die ist Porno. Irgendwo lebt noch was. Ja, der schwankt da. Oh, der kriegt jetzt noch so einen schönen. Oh, der musste mal auf dem Ding mit dem Ding grätseln. Boah, der kann noch große Zahlen. Boah, 10K, 5K. Uah. Tja. Sauber. Gutes Wifflein. Sauber geschmiert. Hm, siehst du vielleicht genau die Knarre, die noch gefehlt hat. Vor allem, da kannst du... Jetzt kommen die Dicken. Ach, da kannst du doch noch ein bisschen einfacher mit zielen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kommen die Dicken. Oh, der damit... Warte mal, ich mach mal hier wieder... Schon mal hochpuschen. Zack. Und den hier... Und den... Hä, warum nicht? Aua. Oh, hab ich auch schon nix mehr. Da haben wir vier dicke Blitzschirmen in der Mitte. Ja, die sind ja schon geil, ne? Dann guck ich gleich, dass ich gleich noch die Verlangsamungsdinger dazwischen baue. Dann geh mal richtig ab. Gib mal die Stromknarre, die geht voll ab. Ja, schön. Lass mich ein bisschen auf die Kiste schießen hier. Hier... Hab ich mich jetzt verguckt? Na ne, da kommen die Flieger. Hier, du allen Fliegeralarm. Sieh zu. Bitteschön. Hier, alles nur für dich. Wer schießt die denn auf mich? Ich steh schon wieder im Feuer, ne? Das ist so grandios. Das klingt ja. Oh, komm, Mick, nachladen. Wiedersehen. Oh, ja, lad doch fünf Jahre nach. Boah, ey, von vorn hab ich... Aua, aua, aua. Da lädt der wieder nach bis Weihnachten, ey. Von vorne hab ich dem dicken grad einen 10k-Hit gegeben. So mustert, so mustert. Von vorne? Ja. Da geht er zum Boden. Ich hab dir noch ins Gesicht geschossen. Dieser rote Schlitz. Ah. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Zeig mal. Oh. Ja, oh. Aber beim zweiten natürlich nicht. Da war wieder Vorführeffekt, ne? So. Wie, was hab ich denn da hier? Ich wollte die langsamen. Oh, die haben wir jetzt aber flott weggemäßt. Mach die ja hier noch reinbauen. Die ersten 6. Die ersten 6. Zack, zack. Wart für langen? Hör mal den Push schon mal direkt ein bisschen hoch hier. Äh, die die langsam machen. Mhm. Zack. Eine links braucht noch 60 im Level 2. Hör mal. Boah. Boah. Beide hochge... Was? Richtig. 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 Ah, warte mal. Ich kann auch irgendwo... Wuschen wir doch noch 60 Dinger da rein. Boah. Da kommen wieder Dicke und Flieger und... Also hier hab ich jetzt den... 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 Okay. Der war jetzt mal gar nicht so... Ey, kann mal einer das Feuer hier löschen? Mein Gott, da renne ich da noch 27 Mal rein. Ist ja fürchterlich. Boah, ich hab geschossen. Ja, stell dich noch 700 Mal in das Feuer. Also wirklich. Wann isst du, du fliegendes Ding, du Blödes? Bescheuert. Komm, respawn mich, bitte. Schneller. Mich bitte auch. Lass den Fern in Ruhe. Schö. Ah, du Schnitzel. Du bist auch noch einser. Wie geht's? Tschüss. Freunde, jetzt kriegst du in your face, kriegst du jetzt hier... Bombs! Ah, okay. Auf die Kiste nimmt doch irgendwie mehr. Jetzt will ich doch mal... Da ist er Dood! Da fällt er einfach rum. Wisch doch mal hier, lad mal nach. Oh, ich hab den Spiden geschossen. Jetzt mal vor allem auf den Arschblästern. Na ja, jetzt ist er verlangsamt auch. Die Stromknarre, ne? Ja, tut mir überleih. Wann mach ich jetzt keinen Schaden? Ist ja bescheuert. Mann, pack deine Kiste woanders hin. Frechdachs. Das Feuer hier, du. Aua, heiß. Ja, ich bin jetzt auch grad... Im Prinzip bin ich grad wieder ganz bescheuert an dem Feuer gestorben. No, Level 9? Jetzt hab ich dir das gegeben. Wieso gab die Ressourcen? Dann hörte du den auf. So. Oh, warte mal. Der hat schon... Eh, scheiße. Overcharge. Oh, ist ja schon voll. Nein, ich... Ach, scheiße. Äh, ich stell noch mal so ein paar langsamer hier hin. Jetzt hab ich den. Ja, hab ich nicht. Du musst mir Ressourcen geben. Ach so. Wie ging das nochmal? Der linke, ne? Oder rechte eins von beiden. Mich angucken. Ach so. Ja, reicht schon. Weil ich hab den jetzt außerdem abgebaut. Ich wollt den eigentlich... Weil der war nämlich schon drüber. Dann haut der nämlich Punkte wie Sau rein. Ach, du kannst die overchargen? Ja. Okay. Nur die dann... Die Punkte hängen dann dann... Also ich war grad bei 778. Ja, tatsächlich. Kann man wirklich. Ja, kann man mehr Schaden machen. Also erstmal den... Den einen blickstumiert aufballern. Da ist das... Der macht jetzt wie fast... Warte mal. Wie viel Schaden? Über 1000 mehr. Macht der jetzt hier der... Ach jo, warte mal. Der macht jetzt über 1000 Schaden mehr der eine. Guck mal. Ja. Wieder was gelernt. Ne? Hat der hier... Seht ihr da dringend? Der macht jetzt... Oh, das ist ganz schön viel, was der da mehr macht. Na, man lernt ja nie aus. Boah, diese scheiß Flammengrube. Ne, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da mal nicht reinlaufe. Was kommt da? Lampion. Incoming. Der Krieger kriegt zuerst mal von der Seite. Was denn da jetzt auf... Ach, da kommen wieder Flieger. Warte mal her. Flieger, Alter. Komm lad nach, jo. Boah, schießen doch, Kapp. Wer hat ne Ladung voll Flinte bestellt hier? Boing! Boah. Hm, 32k-Hit. Tschüss. Ja, spring mal ruhig vor die Flinte. Danke. Ist ja sehr liebreißend. Boing. Boah. Ihr seht, wenn ihr schön auf das Mützchen schießt, sieht der voll der Bär ab. Und jetzt nicht mal... Na nicht rückwärts in das Feuer laufen. Sehr schön gemacht. haben wir die beiden verlangsamenstürme schon komplett hoch und dann habe ich hier noch eine blitztürme ein bisschen sobald über 6000 schaden wir haben ja natürlich noch sechs oder wir powern jetzt einfach weiter hoch ja gut ja vor allem die verlangsamenstürme die könnte man noch ein bisschen dass sie auf 50% vielleicht kommen dann bald verlangsam mal hier reich oder die reichweite erst mal hoch das ist ja noch besser warte mal da knall ich mal hier was rein und da knall ich hier auch noch mal rein reichweite ist natürlich auch geil dann verlangsamenstürme die immer öfter das ist gut das ist natürlich auch da hätten wir uns ja das ist gut zu wissen da kannst du lieber ein paar oberdingsen hier überpowern anstatt die volle anzahl hinzustellen kein flieger dabei hier auf die kiste hier du lusche hier du frecher hund weg mit dir bitteschön das ist ein gesicht Hallo, wie geht es dir? Boing So langsam, die durch das Feld kommen Ja, richtig geil Brauche ich da noch mal 150 rein? Hier noch mal 150 rein? Die haben auch schon Overcharge hier Boah, die machen auch schon über 6000 Dann knall ich mal hier in die Blitztür auch noch mal rein Sehr, sehr geil Sehr, sehr, sehr geil Ja, ne? Ach, der ist ja schon Boah Ich glaube, hat er den linken Renner können Egal, die machen über 6000, 6000 Feuer Feuer in the hole Oh, gleich gleich bis hin Was? Ach, guck mal, ich hätte sogar noch was zum hinbauen Aber es glaube ich Ja, ein Pöller hätte ich ja hier noch Hilfe Boah, ich habe es kommen sehen In das Auge Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wann da Flieger bei Das habe ich gar nicht gesehen Hier Voll rein Hier Hier Immer schön rein in die Klamotte Oh, Freunde Das muss doch höllisch wehtun Hier Ja, ins Gesicht Bitteschön Und wieder hier Da 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 Aua Oh Was willst du denn von mir? Geh aus der Sonne Käpt'n Dick Bart Geh aus der Sonne Käpt'n Dick Bart Ist das geil, ey Okay, die Leuchte, die wirst du jetzt ein bisschen Ja, der hat doch ein bisschen mehr leben Oh, wenn du guckst, hat der Mein Gott, geh mir aus dem Gesicht hier, du So Nicht nachladen Ich brech ab Jetzt musste ich nachladen, ne? So ein Müll Aber du bist tot Kurz geguckt Ja Stimmt auffallend Bin ich mit Ende der Welle gestorben, ne? Aber, was soll's Ist nicht so dramatisch Ach nee, da lebt ja noch einer Oh Schade Wo lebt, Männer Wo lebt Wo lebt, Männer Wo lebt Oh Und wie ihr seht Wir sind Wieder bei der letzten Welle Ja, aber dieses Mal wären wir die ja wohl Jetzt haben wir ja so ne geile Taktik Ja, der eine macht jetzt schon 7300 Schaden Da geblitzt worden, so Ja, jetzt ist es natürlich blöd, dass die jetzt da Hier direkt hier rüber fliegen, ne? Warte mal, ich pushe jetzt mal den noch ein bisschen hier Stimmt Das ist jetzt natürlich scheiße Stimmt, das hab ich gar nicht gedacht jetzt Stimmt, das hab ich gar nicht gedacht jetzt Na gut, aber vielleicht kriegen wir das ja Oh, das ist es jetzt wieder Ich krieg jetzt schon wieder Krämpfe Den noch ein bisschen hoch Oh, aber die Flieger waren gerade nicht so schlimm Die, die Runner da waren Ne, ne, das stimmt, diese Runner Jetzt könnte ich natürlich hier Pass mal auf, hier die Power ich auch noch ein paar Punkte rein Hier in die Gatling Ein bisschen über Und hier noch ein paar Und dann, Freunde Gutes Gelingen Gutes Gelingen Let's develop Auf geht's Oh, dann eigentlich sind gar keine Flieger Aua Die, die großen Hab ich auch gerade gesehen Haha, das ist natürlich stramm Und da hat sein Headset wieder Stromausfall Und da hat sein Headset wieder Stromausfall Das wird jetzt ungünstig Toll Schnell Immer als selbe Wieso kam denn der da jetzt so einfach durch Verfluchte Hacke Aber ich krieg auch ein neues Da bin ich wieder Ja Ich krieg auch ein neues Och, jetzt lad doch nicht nach Oh mein Gott Ewa Nicht nachladen Ungünstig nachgeladen Du Schlumpf Gut, wir haben diesmal natürlich den Gott sei Dank den Vorteil, dass unser Kern noch komplett voll ist, ne? Und ich bin die letzte Bastion hier Okay Schnappt sie euch! Auf mich kann's ruhig schießen Scheißegal Drecksack Ey, da kommt der letzte Jaaaa Ja, geht doch Also da würde ich sagen, das war jetzt Sehr souverän Und ein paar mal verreckt Muss sein Level up? Ja Ja, dat war jetzt gut Gut, ich zieh dat vorhin zurück Das Schrot in Heine, der kann schon was Ne Ne Das war natürlich sehr schick Ja, und nachdem wir das letzte Mal so knapp gescheitert sind Haben wir denen jetzt ordentlich was auf die Ohren gebügelt Ja, und dann sagen wir wieder, wenn euch die Folge gefallen hat, gefallen habt, mein gut, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da, schmeckt's? Nö Und wir sehen uns dann, wie immer mit dem Andy Ja Demnächst zu einer weiteren Folge Sanktum 2 Tschüssingen Tschüssingen Du des Dan D Im Id